Hallo Freunde, so für mich geht es jetzt mal wieder auf die Schiebpiste, ein Mann muss, tun muss, ein Mann tun muss. Aber genau, heute zum, was sagen wir jetzt, dritten Advent, dachte ich mir, machen wir mal kurz das Thema People Pleasing und dafür gibt es dann auch einen neuen Kurs, ich verlinke den mal ja drunter, ich glaube bis Ende Januar oder so, zum Frühbucherpreis, kannst du ja jetzt schon buchen. People Pleasing, ja, heißt es auf Deutsch, also Leuten gefallen wollen, so einen richtig griffigen deutschen Begriff gibt es da glaube ich nicht für, ist so ein ähnliches Konzept wie so Co-Abhängigkeit, dass man nicht gut Nein sagen kann, dass man ja versucht, das anderen immer recht zu machen und ja, das nenne ich manchmal auch die Toxik des Pluspols, weil das schadet nicht nur einem selber, wenn man es natürlich anderen immer recht machen will, sondern schadet unter Umständen auch mit den Beziehungen, in denen du bist, weil du einfach nicht sagst, was dich stört, weil du, keine Ahnung, immer, also gibt es im Kurs auch, es gibt fünf verschiedene Arten von People Pleasern, eine Art ist zum Beispiel, dass man so Konflikte vermeiden will und man sagt es einfach nicht und schluckt es runter und dann ist es aber irgendwie, als wenn die Beziehung anfängt zu rosten, also als wenn die so Rost ansetzt und ja, also, weil du bist, ist ja nicht so, dass du, das einfach nicht funktioniert, sondern es ist auch noch so, dass man irgendwie so wütend wird auf die Zeit und der Partner merkt das vielleicht gar nicht mehr, wird wütend, weil man nicht sagt, was man denkt und das hat so viele negative Konsequenzen, das ist einfach Wahnsinn und dann irgendwann rastest du aus irgendwie, dann ist eine Sache, die ist zu viel, dann rastest du aus und sagst, jetzt reicht es mir und ja und dann sagt der Partner, was ist mit dir, was ist denn jetzt los, warum rastest du aus dem Nichts aus? Ja, weil der das davor gar nicht kennt und das kann auch ganz schön krass rüberkommen, auch für den Partner so und es verhindert natürlich auch eine echte Intimität, also es verhindert, dass eine echte Begegnung, weil man diese unangenehmen Gespräche nicht führt und wenn man diese unangenehmen Gespräche nicht führt, kann die Beziehung entschleudern, kommt Sexualität entschleudern und ja, also deswegen ist eigentlich, also kann das für Leute bei mir auf dem Kanal hier, wie du es ja vielleicht auch bist, ist das glaube ich, ja, so der Co-Abhängigkeitskurs, der ja bisher auch nicht da war, wir haben die Selbstbehauptungs-Challenge, aber weil dieses People-Pleasing, man denkt immer, man hätte es überwunden und dann gibt es die nächste Schale, dann gibt es die nächste Schale, dann gibt es die nächste Schale, also es ist unfassbar, wie schwierig das ist, das auszurotten, also da ist man wirklich lebenslang mit beschäftigt und dieser Kurs wollte natürlich dabei helfen. Ja, also People-Pleasing können übrigens, ja, also Plus-Pole machen es auf jeden Fall, Minus-Pole machen es unter Umständen auch, also ich würde aber schon sagen, es ist letztlich so ein, ich habe ja so die drei Arten von Co-Abhängigkeit, das ist Modus 1 und 2, also es gibt ja eine bindungsängstliche Co-Abhängigkeit, eine verlustängstliche Co-Abhängigkeit, die machen das definitiv beide, aber wie gesagt, das ist ein anderes Konzept, das guckt nochmal auf einen anderen Winkel drauf und zeigt eben auch auf, dass es für dich eben auch, der du das machst, also so wahrscheinlich das auch ist, dass es eben negative Konsequenzen hat, und dass man sich, dass das einfach keine Art ist, auf die Dauer, sein Leben zu verbringen, abgesehen davon, dass wenn du immer nur Jahr und Abend sagst, dass jeder versucht, übers Ohr zu hauen, auch außerhalb von Beziehungen, dass jeder versucht, jeder denkt ja nur noch an sich heutzutage und wenn du nicht an dich denkst, ja, wirst du ausgenommen wie eine Weihnachtsgans, also das kommt ja auch noch dazu und können Freundschaften runterladen, Geschäftsbeziehungen und was auch immer, deswegen halte ich das für unfassbar wichtig, das anzugehen. Wo entsteht das? Also sicherlich zum großen Teil in der Kindheit, weil es gibt ja immer so die zwei großen Rollen in ein bisschen kaputten Familien, entweder du drehst dich nur um dich oder du drehst dich nur um andere. Und ja, wenn du dich nur um andere drehst, kommst du oft mit einem zusammen, der sich nur um sich dreht und dann haben wir ja so diese typischen toxischen Beziehungen, die da immer wieder oder destruktiven Beziehungen oder unglücklichen Beziehungen, die da entstehen. Und ja, du willst das Mami nicht enttäuschen und dass das jetzt so tief drin sitzt, ist es einfach unfassbar. Oder du denkst, wenn du ganz nett bist, dann kriegst du viel. Aber, also ich weiß gar nicht, eigentlich ist es verrückt, dass man es immer wieder so denkt als Kind, weil ehrlich gesagt, so in der Erwachsenenwelt, also ist das total kontraproduktiv. Also ganz im Gegenteil, guckt euch mal die Leute an, die sehr erfolgreich sind. Also viele sind bestimmt gut aufgestellt und nett und so. Aber viele, die sehr erfolgreich sind, haben auch so ein bisschen was Krasses oder manchmal auch Narzisstisches. Also jetzt nicht als Diagnose, überhaupt nicht. Aber so, die setzen dich halt durch. Die machen ja Dinge, die sind frech. Die sind, also nicht, dass das nicht manchmal viel zu viel wäre, aber die sind, weiß ich nicht, gucken nicht, was links und rechts passiert, gehen wie so ein Panzer durch. Und das wird sehr belohnt in unserer Welt. Hingegen wird people pleasing. Also erstmal merken auch die Leute, dass du nicht 100%ig ehrlich bist irgendwann. Und ja, auf dir wird abgeladen. Also du machst die ganze Stunden, du zahlst immer drauf. Du fährst immer ins Krankenhaus, wirst aber nicht besucht. Also dieser ganze Scheiß, das ist einfach unvergänglich fassbar. Wie wenig das bringt. Es ist eigentlich verrückt, dass sich sowas überhaupt entwickelt, wenn das eigentlich keinerlei Vorteile hat. Außer eben innerpsychische Vorteile, dass man sich bestimmten Konflikten nicht stellen muss. Können wir auch vorstellen, dass es ein bisschen genetisch, also dass man von der Genetik, wie, sag ich mal, vieles wird dir auch vererbt. Es sind gewisse Charakterzüge, dass du die mitbringst. Und ja, dass es vielleicht noch das fördert, people pleasing, aber ist auch egal. Also man muss auf jeden Fall daran arbeiten, egal wo es herkommt. Und dabei soll dieser Kurs dir helfen, natürlich auch wieder mit ganz konkreten Übungen, rein ins Unangenehme, raus aus der Komfortzone. Und ich glaube wirklich, was das Learning in diesem Kurs an soll, ist wirklich auch klar zu machen, ist es nicht nur, dass ich ständig drauf zahle, sondern ich bin auch jemand, der mit people pleasing Beziehungen stört irgendwie. Ich störe auch Beziehungen. Ich verhalte mich unter Umständen auch so ein bisschen toxi-toxi aufgrund dieses people pleasing. Das ist nicht nur so ein harmloser Scheiß, sondern das ist so, als wenn du Sand ins Getriebe schüttest. Und sich das klar zu machen, dass es da auch sozusagen aktiven Anteil gibt, davon glaube ich sehr hilfreich. So, dann gucken wir gleich mal, was der fucking Schnee so macht. Genau. Ich gucke auch mal, dass ich vielleicht, ich glaube, ich habe auch schon so ein Kombi-Angebot gebastelt mit der Selbstbehauptungs-Challenge. Das ist natürlich eine Bomben-Kombination. Oder wenn du neu bist, immer wieder gut kombinierbar mit Modul 1. Das sollten wir mal mit anfangen. Jo, habe ich noch irgendwas vergessen? Ne, alles Weitere im Kurs, wenn es noch Fragen gibt, schreibt es unter das Video oder schreibt es an support.liebesche.de Und ja, genießt noch den dritten Advent. Irgendwie sehr turbulente Weihnachtszeit dieses Jahr. Was soll man sagen? In diesem Sinne, vielleicht gehe ich auch, jetzt mal überlegen, vielleicht muss ich echt nicht mal wieder live gehen. Guckt doch mal, vielleicht gehe ich heute Abend mal live oder morgen Abend mal live. Ich weiß jetzt gar nicht, wenn ich das Video hochlade. Vielleicht gehe ich schon vorher live, bevor das hier überhaupt entsteht. Naja, okay. Ciao, ihr Lieben.